Zeit für Legalisierung Cannabis ist in den USA ein Jobmotor und schnell wachsender Wirtschaftszweig. Auch in Deutschland werden durch die Legalisierung etwa 20.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Das sind so viele, wie in der Braunkohleindustrie ersetzt werden müssen. Zudem wird der Staat dann jedes Jahr 2,6 Milliarden Euro zusätzlich in der Kasse haben. Mehr dazu auf Cannabis-Fakten.de